Guten Tag, lieber Porsche-Freund. Dieser Porsche 993, der letzte luftgekühlte seiner Art, Baujahr 1995, in der Farbe Gelb, in Lederrot, ist der aktuelle Neuzugang im Classic Center Köln und wird in wenigen Wochen dort eintreffen. Das Fahrzeug hat eine geringe Laufleistung von unter 60.000 km, kommt mit einer Handschaltung, einem schwarzen Verdeck, Komfortsitzen und einem original Porsche Kassettenradio. Bemerkenswert sind auch die original optional Carrera 4 Fünf-Speichen-Felgen. Das Fahrzeug erhält eine umfassende technische Überprüfung sowie eine große Inspektion und steht dann zulassend fertig für eine Kurvefahrt bereit.